ARD Heute bei den Science Cops Nein, ich bin jetzt nicht ganz übergeschnappt, sondern es geht heute klar um das Thema Mücken. Ganz Deutschland leidet unter den blutigen Attacken hinterlistiger Stechmücken. Genug ist genug. Schluss mit lästigen Mückenstichen und Chemiebomben. Entdecke die ultimative Geheimwaffe gegen Insektenstiche. Die ultimative Geheimwaffe sollen ätherische Öle, Knoblauch, Kerzen und UV-Fallen sein. Aber hilft das ganze Zeug wirklich, um Mücken in die Flucht zu schlagen? Oder geht es am Ende doch nur mit gefährlicher Chemie? Wissenschaftlichen Unfug aufzudecken ist Aufgabe der Quarks Science Cops. Maximilian Döckel und Jonathan Focke, das sind ihre Fälle. Herzlich willkommen bei den Quarks Science Cops auf dem heute hoffentlich komplett mückenfreien Quarks Police Department. Hier sind wieder Max, der mit der Weste und Jonathan, der mit den Hosenträgern, die vor lauter Angst hier gestochen zu werden, das gesamte Studio eingenebelt haben mit giftigsten Chemikalien, mit Aromaölen. Wir haben sogar eine Antimückenkerze angemacht. Wenn ihr die sehen wollt und wie schön die ist, dann müsst ihr den Videopodcast schauen. Wir haben außerdem jeder noch 13 Knoblauch gegessen worden. Wir hoffen, dass die ganze Sache hier nicht hochgeht. Man hätte auch einfach das Fenster zulassen können, aber der Herr hier neben mir meinte, es ist hier zu stickig drin und deswegen müssen wir das auf jeden Fall aufmachen. Ich kann euch jetzt schon mal fragen, er ist nicht derjenige, der nachher gestochen ist. Wir geben es gleich mal ganz offen zu. Wir machen hier heute etwas, das man ganz gut auch als Betroffenheitsjournalismus bezeichnen kann. Oder in diesem Fall vielleicht besser gestochen als Journalismus. Mir geht es nämlich so, es ist egal, mit wem oder wo ich draußen sitze, am Ende bin immer ich derjenige, der total zerstochen ist. Ich habe tierisch viele Mückenstiche und das Schlimmste finde ich an der ganzen Geschichte, vielleicht kennt ihr das da draußen auch, wenn dann am nächsten Tag jemand so mit leicht mitleidiger, leicht verwunderter Stimme sagt, oh wie du bist gestochen worden. Nee, ich habe gar nichts. Da waren Mücken? Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ihr merkt schon, da wird Max sehr emotional. Ich bin noch nie von der Mücke gestochen worden. Bevor der Max hier noch an die Decke geht, wollen wir uns mal kurz daran erinnern, dass es anderen Menschen noch sehr viel schlechter geht. Ja, ich kämpfe auch was mit den Tränen. Ja, wenn die Spieler so erzählen über die letzten sechs Wochen, ist es schon emotional, weil es natürlich eine Zeit jetzt vorbei ist, die besonders war, wo die Jungs auch echt viel reingeschmissen haben. Ja, was die wenigsten wissen, ist nämlich, dass das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gar nichts damit zu tun hatte, dass da irgendein Spanier Handball gespielt hat, sondern dass es einfach laut Julian Nagelsmann eine abartig krasse Mückenplage gab. Ich war jetzt bei noch keinem Turnier dabei, aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Kämpfer lässt, Tränen in den Augen hat. Ja, ich glaube, er meinte in diesem Fall tatsächlich Tränen der Freude, weil die Spieler alle so froh waren beim Auszug aus Herzogenaurach, dass sie diesem schrecklichen Mückenterror endlich entkommen waren. Genau das wird es gewesen sein. Auf jeden Fall gibt es momentan tierisch viele Mücken in Deutschland aufgrund des nassen Frühjahrs und der milden Temperaturen und die Menschen sind genervt. Ich zuallererst mit dabei und deswegen fragen wir uns alle, was kann man eigentlich tun, um sich die Viecher vom Leib zu halten? Eine Möglichkeit wäre natürlich, den Rest des Sommers in einem Mückennetz zu leben. Für wen das jetzt nichts ist, der oder die kann natürlich auch zu einer Vielzahl von Antimückenmitteln greifen. Ja, die Frage ist nur, zu welchem? Das scheint für einige ja fast zu einer Glaubensfrage zu werden. Es gibt einerseits diese ganzen synthetischen Sprays, Antibrom, Autan, wie sie alle heißen, liebevoll, wie wir gehört haben, auch Chemiebomben genannt. Auf die haben viele aber keine Lust, gerade weil es eben Chemiebomben sind und wollen darum lieber, sagen wir mal, alternative Mückenmittel ausprobieren, pflanzliche Mittel. Ätherische Öle wie Zitronella oder Eukalyptus, die sollen angeblich auch hervorragend wirken. Herzlich willkommen zur heutigen Anti-Mücken-Party. Warum ich das so betone, ist, ich bin tierliebend, ich liebe Tiere, ich habe Hunde und Katzen, aber wisst ihr was, bei Mücken, bei Zecken und all diesen Flöhen, da ist wirklich genug. Und deswegen werde ich euch heute zeigen, wie ihr mit einfachen Mitteln, mit ätherischen Ölen wunderbar Abhilfe schaffen könnt und gut durch den Sommer kommt. Ich finde es herrlich, wie ihr so tut, als wäre es eine exklusive Meinung, dass man Hunde und Katzen mag, aber keine Insekten. Ja, wer braucht schon Insekten, ja. Wir haben uns auf jeden Fall für diese Folge ganz uneigennützig angeschaut, was wissenschaftlich gesichert jetzt wirklich gegen Mücken oder für unsere Hörerinnen und Hörer in Österreich Gelsen, sagt man ja, was dagegen hilft. Können pflanzliche Mittel Mücken fernhalten? Was ist mit Kerzen? Was ist mit UV-Fallen? Hilft Knoblauchessen wirklich? Ultraschall, Kokosöl oder leider doch nur die böse, böse Chemie der großen Konzerne? Und deswegen würde ich sagen, legen wir doch gleich los. Ja, das machen wir. Unsere Akte Mückenmittel von Betroffenen für Betroffene. Los geht's. So, ich finde, wir können erstmal die Kerze auslöschen. Nicht, dass das hier nachher noch... Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Kurz für die Leute, die nur den Podcast hören. Wir haben hier natürlich keine echte Kerze stehen. Das wäre brandschutzrechtlich, also ganz, ganz schön. Brandschutz. Und deswegen haben wir jetzt ein Handy hingestellt, wo eine Kerze drauf war. Und der Jonathan hat gerade ernsthaft das Handy ausgepustet. Also schon ein Bild für die Götter. Sehr doof einfach. So machen wir das mit Kerzen. So, selbstverständlich beginnen wir mit Profiling. Wir machen das heute aber mal ein kleines bisschen anders. Wir profilen nicht die Mittel, um die es heute geht. Die schauen wir uns gleich konkreter an. Wir profilen den Feind, ja, das Ungeheuer, das es gilt, in die Flucht zu schlagen oder gar zu vernichten. Ja, meine Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen das tödlichste Tier der Welt, die Mücke. Nur, um damit auch nochmal die Relevanz des Themas auch ein bisschen klar zu machen. Jedes Jahr bringt die Mücke schätzungsweise 700 bis 800.000 Menschen weltweit um. Nämlich, weil sie Krankheiten überträgt. Ja, wie Malaria, Gelbfieber, Denguefieber, Westnilfieber und andere unschöne Infektionskrankheiten, die man alle nicht haben will. Heißt, wenn ihr das nächste Mal zu Hause eine Mücke zerklatscht und noch so allerletzte moralische Bedenken hattet, weil ihr da gerade ein Tier getötet habt, denkt einfach daran, ihr habt gerade einen Massenmörder zur Strecke gebracht. Ich habe da übrigens nie ein schlechtes Gewissen. Gut. Wobei, das mit dem tödlichsten Tier jetzt vielleicht auch so ein bisschen irreführend ist. Also es gibt durchaus Tiere, deren Stich, oder besser gesagt Biss, ziemlich sicher tödlich ist. Also Trichternetzspinne zum Beispiel oder der australische Inland-Taipan, wenn die dich einmal beißen, ist schlecht, dann ist ziemlich sicher vorbei. Außer du wirst sofort behandelt. Dass euch jetzt der Stich einer einzelnen Mücke sofort umbringt, eher unwahrscheinlich. Ja, das ist wahr. Es ist einfach die unfassbare Menge an Tieren, die da am Ende zu den vielen Todesfällen führt. Etwa 3.700 Mückenarten gibt es weltweit. Wir haben so eine Schätzung gefunden, wie viele einzelne Tiere es da gibt. Wollen wir jetzt mal nicht auf die Goldwaage legen, ob die Zahl so genau stimmt. Aber 110 Billionen einzelne Tiere, das würde bedeuten, auf jeden Menschen kämen etwa 14.000 Mücken. Mit denen möchte man jetzt nicht alleine in einem Raum eingesperrt sein. Nein. Denn was die Mücken, unabhängig von ihrer Art, alle gemeinsam haben, sie stechen. Allerdings stechen nur die Weibchen. Mit der Gleichberechtigung haben es die Mücken nicht so. Also die würden bei uns im WDR Probleme bekommen. Nein, das geht nicht. Mit der Gleichstellungsbeauftragten, also das steht nicht im Arbeitsvertrag. Männliche Mücken stechen nicht, nur die Weibchen. Es ist nämlich so, die Weibchen werden von den Männchen begattet und das passiert im Mückenschwarm. Also man kann sagen, so ein riesiger Mückenschwarm ist eigentlich nichts anderes als eine Mückenorgie. Es ist eine treffende Bezeichnung, auf jeden Fall. Und wenn das Mückenweibchen begattet worden ist, dann will es nur noch eins, Blut. Das Blut danach, wenn man so will. Und zwar nicht als Nahrung. Mücken ernähren sich nicht vom Blut, sondern in der Regel von Pflanzen. Nektar, die Mücken brauchen aber das Blut, also die Mückenweibchen, um die Eier ausbilden zu können. Und zwar brauchen sie bestimmte Proteine aus dem Blut. Und das Blut holen sie sich dann von Tieren, vielfach von Säugetieren oder auch dann vom Menschen. Ein Mückenweibchen kann dann bis zu 400 Eier produzieren und die legt sie dann ab. Zum Glück nicht in eurem Blut, das wäre unschön. Sondern zum Beispiel in stehenden Gewässern. Ja, also das kann nur wie ein See, ein Teich sein. Das reicht aber vielleicht auch in der Pfütze. Oder wenn man im Garten so eine Wassertonne hat und die offen stehen hat, da können die dann auch aussehen. Kann man da noch schön sehen, die ganzen Mückenlaffen, die da dann rumschwimmen. Warum sind diese Mückenstiche jetzt so unangenehm? Dieser schöne kleine Stechrüssel, den die Mückenweibchen haben, mit dem die Mücke dann in eure Haut eindringt, die hat im Inneren zwei Kanäle. Durch den einen saugt die Mücke das Blut und durch den anderen injiziert sie Speichel. Lecker, Mückenspeichel. Und in diesem Speichel sind bestimmte Proteine drin, die sollen die Blutgerinnung verlangsamen, damit das Blut, das die Mücke aus euch raussaugt, nicht verklumpt und der armen Mücke den Stech- und Saugrüssel verstopft. Das wäre ja immer schade, nicht, dass die arme Mücke daran noch verstirbt. Ja, bitte entschuldigt die etwas despektierliche Art und Weise, mit der wir heute über Mücke sprechen. Ja, ihr habt es eventuell gemerkt. Wir sind nicht, vor allem Max, nicht die allergrößten Fans dieser Tiere. Ich bin auch kein großer Fan dieser Tiere, das gebe ich auch gerne zu. Jedenfalls aktivieren diese Proteine aus dem Mückenspeichel eure Immunabwehr und es wird unter anderem der Botenstoff Histamin ausgeschüttet, der einerseits dazu führt, dass sich die Gefäße weiten, Flüssigkeit ins Gewebe kommt und die Einstichstelle dann anschwillt. Und andererseits ist das dann auch für den Juckreiz verantwortlich. Das ist zumindest eine Erklärung. Es gibt verschiedene Mechanismen, wie dieser Juckreiz zustande kommt. Es gibt aber eine gute Nachricht. Wenn ihr von derselben Mückenart häufiger gestochen werdet, erkennen eure Immunzeilen irgendwann diese speziellen Mückenproteine wieder und wissen dann auch, dass die eigentlich ungefährlich sind, sodass Schwellung und Juckreiz nicht mehr ganz so stark ausfallen. Das Ding ist nur, es gibt alleine in Deutschland über 50 verschiedene Mückenarten. Bis du dich also quasi an alle gewöhnt hast, kann das eine Weile dauern. Und wenn es jetzt richtig doof läuft, dann hat die Mücke nicht nur Protein in ihrem Speichel dabei, sondern gleich auch noch ein paar Krankheitserreger. Ja, Anopheles-Mücken zum Beispiel können Malaria-Erreger übertragen. Gibt es zum Glück hier nicht. Oder noch nicht. So gut wie nicht. Dafür aber breiten sich andere Mückenarten bei uns immer mehr aus. Die asiatische Tigermücke zum Beispiel, die das Dengue-Fieber übertragen kann. Da gab es auch schon einige Fälle in der EU, wobei man dazu sagen muss, dass das Risiko immer noch sehr gering ist. Also damit so eine Mücke einen mit Dengue infizieren kann, muss sie vorher erstmal eine andere infizierte Person stechen. Ja, dann muss sich das Virus auch noch in der Mücke vermehren. Die Wahrscheinlichkeit ist halt wahnsinnig gering, weil diese Krankheit hier noch kaum vorkommt. Also damit sich das schnell verbreitet, dann müsstest du quasi eine große Bevölkerung haben, wo diese Krankheit schon vorkommt. Und dann viele Mücken, die das auch übertragen können. Das Vesnil-Virus, das kann allerdings auch von der Gemeinhaus-Mücke übertragen werden. Da gab es auch schon ein paar Fälle hier in Europa. Man muss aber dazu sagen, diese Erkrankung verläuft in den allermeisten Fällen dann doch harmlos. Also zumindest hierzulande keine Panik vor Mückenstichen. Wie sich das auf Dauer mit der Klimaerwärmung verändert, muss man allerdings mal sehen. Die kommen immer mehr Richtung Norden. Richtung Norden, genau. Lästig sind sie trotzdem, das wissen wir. Und bevor wir uns jetzt gleich angucken, wie man die Mücken von sich fernhalten kann, müssen wir zunächst natürlich noch verstehen, wie uns die Mücken überhaupt aufspüren. Also wie sie ihre Opfer erkennen und auswählen. Und auch einige eher auswählen als andere. Danke, ja. So, als allererstes erkennen euch Mücken an eurem Atem. Genauer gesagt am Kohlenstoffdioxid in eurer ausgeatmeten Luft. Und das können Mücken schon aus einer Entfernung von 60 Metern wahrnehmen. 60 Meter finde ich echt krass. Also überleg mal, du hast irgendwie das Fenster auf abends. Selbst wenn du im fünften Stock sitzt. Ja, kommt die Mücke trotzdem hoch und sticht dich kaputt. Bedeutet aber auch nicht atmen, ist schon mal eine ganz gute Anti-Mücken-Strategie. Absolut. Und selbst wenn sie dich doch stechen, wenn du nur lange noch den Atem anhältst, dann ist es dir nachher auch egal. Ist dir auch egal. Wenn die Mücke näher kommt, dann ist es vor allem der Geruch, der Körpergeruch, der sie leitet. Ab 15 Metern etwa kann sie dann auch unsere Körperumrisse sehen. Und wenn sie noch näher kommt, kann sie auch unsere Körperwärme wahrnehmen. Und sobald sie dann gelandet ist, entscheidet sie mithilfe von so kleinen Geschmacksrezeptoren auf den Füßen, wo genau sie uns stechen und aussaugen will. Was eine absurde Vorstellung ist, wenn man das auf den Menschen überträgt? Geschmacksrezeptoren an den Füßen? Wollen wir das? Ich weiß es nicht. Ich spesse mit den Füßen jetzt, ja. Okay, jetzt ist es aber ja so, wie wir eben schon festgestellt haben, dass einige Menschen eher selten von Mücken gestochen werden. Andere hingegen fallen den kleinen Viechern regelmäßig zum Opfer. Es ist regelmäßig ein Schlachtfest. Wenn man so will, warum ist das so? Da muss man leider sagen, so ganz genau weiß man das nicht. Also erstmal eine große Enttäuschung für mich. Es gibt nicht so rasend viele Studien dazu. Es hat aber ganz offenbar was mit dem Körpergeruch zu tun. Genau. Und jetzt nicht alle denken, dass die Leute stinken. Darum geht es nämlich nicht. Forscher der Johns Hopkins Universität haben in Zambia ein sehr interessantes Experiment gemacht. Das ist auch so das Größte in dieser Richtung. Sie haben acht Zelte aufgebaut und da haben Freiwillige drin geschlafen. Und über so Luftschächte wurde dann die Luft mit den Körpergerüchen der Teilnehmer in so eine Art Arena geleitet. Ja, die stand in der Mitte dieser ganzen Versuchsanordnung. Und da waren jede Menge Mücken drin. In diesem Fall auch wieder Anopheles-Mücken. Man macht das meistens mit Anopheles-Mücken. Das ist besonders interessant, weil die halt Malaria übertragen. Man überlegt, wie kann man das irgendwie kontrollieren. Und diese Mücken konnten dann ganz frei entscheiden, zu welchem dieser Luftschächte sie fliegen. Also welcher Körpergeruch sie am meisten angezogen hat. Und tatsächlich gab es da sehr große Unterschiede. Also die haben sich jetzt nicht gleich verteilt, sondern es gab einige Luftschächte, einige Menschen, wo sie deutlich mehr hingeflogen sind. Und die Forscher haben dann ein Geruchsprofil dieser Teilnehmer erstellt, um zu gucken, gibt es da irgendwas im Körpergeruch, worauf die Mücken ganz besonders reagieren. Das ist aber keine so ganz leichte Aufgabe. Denn der Körpergeruch des Menschen ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Das ist eine sehr freundliche Umschreibung auch, die man sich mal merken sollte, wenn man einem Menschen subtil... ...viteilen möchte, genau, dass der Körpergeruch eher streng ist. Der ist komplex. Ja, könnten vielleicht sogar einige dann auch als Kompliment auffassen. Ich meine, bei Praxenoten geht es ja auch um die Komplexität. Gemeint ist in diesem Fall aber, dass es einfach wahnsinnig viele Bestandteile gibt. Was die Forscher herausgefunden haben, die Mücken springen vor allem auf bestimmte Karbonsäuren an. Die sind natürlicher Bestandteil der Haut, werden von Mikroben, die auf unsere Haut leben, verstoffwechselt. Und auf Acetuin, ebenfalls ein Aromastoff, der von Mikroben produziert wird. Und von diesen Stoffen entstehen bei einigen Menschen halt mehr, bei anderen weniger. So, und das Problem ist jetzt, dass man da keinen so richtigen Einfluss drauf hat, wie viele davon entstehen. Außer man duscht jetzt wirklich exzessiv, um das immer wieder runterzuspülen. Das schadet dann aber wiederum dem Mikrobiom auf der Haut. Das ist keine Alternative. Das heißt, du willst mir sagen, es ist einfach mein Schicksal und ich werde nie was dagegen tun können, regelmäßig literweise Blut an Mücken zu verlieren. Man kann sagen, es ist dein dermatologisches Schicksal, ja. Es bedeutet übrigens auch nicht irgendwie, dass Leute stinken oder so, sondern das sind Geruchsunterschiede, die wir Menschen gar nicht wahrnehmen können. Schön, dass du das nochmal betont hast. Dankeschön, ja. Ja, nur, dass ihr keinen falschen Eindruck bekommt. Die Mücken, weiß ich nicht, ob es für die Mücken aber so ist. Vielleicht nehmen die das so wahr. Das rieche ich ja besonders gut offensichtlich. Genau. Schönes Mückenparfüm, offenbar. Voll. So, aber was man denn jetzt trotzdem dagegen tun kann, wo man ja dieses Schicksal nicht verändern kann, das ist genau die Frage. Natürlich gibt es eine Menge Ideen, wie man diese Duftstoffe vielleicht überdecken kann, die Mücken ablenken, in die Irre führen oder was auch immer, um nicht zu unfreiwilligen Buttspendern von Culex Pipiens, das ist ja lateinischer Name, der soll ruhig auch mal fallen an dieser Stelle. Aber was für die Intellektuellen, ja. Genau. Und die Ideen und was die wirklich taugen, die schauen wir uns jetzt an. Ja, weil das heute ja so eine Betroffenheitsfolge ist und wir ja eigentlich nur machen, weil uns selber interessiert, was funktioniert und was nicht funktioniert, gehen wir jetzt einfach eine ganze Reihe von Sachen durch und wir bilden mal so eine Liste. Ja, wir fangen bei dem Zeug an, was wirklich man eigentlich vergessen kann und arbeiten uns dann langsam weiter nach oben, bis wir sagen können, das ist der Shit, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man die Mücken fernhalten möchte. Also so eine Art Flop-5-Liste, die dann langsam übergeht in eine Top-5-Liste. Ja, und wir haben dann festgestellt, es waren in Wirklichkeit elf Sachen, die man uns angeguckt hat. Top-6 oder Flop-6? Am Ende dieser Folge wissen wir und wisst ihr dann auf jeden Fall, wie man sich am besten vor Mücken schützt. Bevor man aber mit so einer Liste anfängt, kommen ja immer die Honorable Mentions, also die ehrenvollen Erwähnungen für die Dinge, die es nicht auf die Liste geschafft haben. Ja, da haben wir uns für so ein paar Dinge entschieden, die wirklich sehr effektiv sind, aber gleichzeitig irgendwie No-Brain, also dass wir da nicht drüber sprechen müssen. Ja, erstens Mückenschutzgitter am Fenster anbringen, damit die kleinen Biester gar nicht erst reinkommen. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Zweitens Klamotten anziehen. Ja, auch das nicht so eine schlechte Idee, aber vielleicht auch nicht irgendwelche Klamotten, sondern weite Kleidung. Ja, durch Kleidung, die so eng am Körper anliegt, können Mücken einfach durchstechen. Durch eine Jeans, kein Problem. Letztes Wochenende, haben sie den Beweis wieder bei mir angetreten. Wenn gar nichts geht, kann das natürlich auch sinnvoll sein, über jede Person so ein einzelnes Mückennetz dann aufzuspannen. Auch beim Grillen im Garten dann? Ja, kriegt jeder so ein kleines eigenes Gestänge, so ein Zeltgestänge, kriegt dann so sein eigenes Netz darüber. Vielleicht können wir noch so eine kleine Öffnung reinmachen, wo dann das Essen angereicht wird. Oha, ja. So finde ich. Das sollte die Liste der ehrenvollen Erwähnung werden, nicht der bescheuerten Erwähnung. Kommt da irgendwas Sinnvolles? Ich dachte, die Leute könnten ihren Gartenteich vielleicht einfach zumachen. Gartenteich abschaffen. Mit Sand einfach auffüllen, dann hast du keine Feuchtgebiete mehr. Gartenteich weg. Ich glaube, wir starten jetzt mal besser mit unserer Top-Flop 11. Platz 11. UV fallen. Gerne auf Campingplätzen gesehen, damit man vor dem eigenen Wohnmobil nicht zerstochen wird. UV-Lampen. Lampen, die Licht im ultravioletten Bereich ausstrahlen, damit die Mücken dann irgendwie anlockt, die dann durch den Strom getötet werden. So, auf YouTube gibt es einige Videos, die die tolle Wirkung der Geräte anpreisen. Etwa das hier. Nix mit Spray, nix mit Gas, nix mit Chemie. Das geht alles auf die Gesundheit, das geht alles in euren Körper rein und alles mögliche. Lasst das sein, macht das nicht. Ihr vergiftet euch damit. Kauft euch hier so eine elektronische Mückenfalle, Moskito-Killer sozusagen, durch das Licht. Die Viecher finden das Ding. Die werden davon magisch angezogen. Das ist wie so ein Licht, wo die unbedingt mal nachgucken müssen, was da los ist. Und das war halt dann für die Mücken, Schnaken und Moskitos das letzte Mal, dass die irgendwas geguckt haben. Ist halt eben so. Der Typ hätte irgendwie auch Potenzial für die Eislein-Protoscharts oder damals für TV total herrlich. Ich finde es genial, wie der eine nach dem anderen raushaut. Ist halt so. Ich meine, das ist sehr vertrauenswürdig. Aber die Frage ist nur, hat er recht? Ist das wirklich so? Werden die Mücken wirklich wie magisch von diesem Licht angezogen? Weil so unbedingt mal gucken müssen, was da los ist. Vielleicht ist da eine Disco und deswegen, nö. Einfache Antwort, nö. Zumindest, wenn du zahlreichen Webseiten im Internet glauben möchtest, die sich so Mückenmythen angeschaut haben, da heißt es dann, Mücken orientieren sich über den Geruchssinn und über den CO2-Gehalt in der Luft. CO2 geben wir beim Ausatmen ab. So und darüber finden uns die Mücken. Deswegen gibt es auch ganz viele Faktenchecker, die dann sagen, lass das Licht ruhig an. Mücken werden davon sowieso nicht angezogen. Ja, wir vermuten aber mal, dass sich viele Faktenchecker, viele Faktencheckseiten auf einen Test der Stiftung Warentest berufen. Die haben ein solches Gerät, ein solches UV-Gerät stellvertretend getestet und der Effekt war gleich null. Allerdings muss man da jetzt vorsichtig sein, denn sie haben das Gerät nur an der Gelbfiebermücke getestet. Diese Mückenart gibt es bei uns noch sehr wenig bis gar nicht. Vor allem handelt es sich aber um tagaktive Tiere. Ja, die bei uns besonders weit verbreitete Mücke, die Hausmücke, eben Kulex pipiens, die ist Dämmerungs- und Nachtaktiv. Mit der haben die das gar nicht getestet. Könnte ja sein, dass das bei der anders ist. Ja, das ist das Problem. Die meiste Forschung zu Mücken findet nicht in Deutschland statt. Ist ja auch logisch, hier sind Mückenstiche zwar nervig, aber in den allermeisten Fällen eben harmlos. In tropischen Ländern ist das wesentlich gefährlicher. Nun fliegen in diesen Ländern allerdings andere Mückenarten umher, beziehungsweise andere Mücken sind meist das größere Problem, weswegen die Hausmücke oft nur nebenbei betrachtet wird, mit untersucht wird. Konkret zu der Hausmücke gibt es leider nur wenig Forschung. Wir haben trotzdem ein bisschen was gefunden. In einem Experiment wurde sich angeschaut, ob die Hausmücke gewisse Wellenlängen im Licht präferiert und dann eher dahin fliegt. Ja, da hast du zwar jetzt kein UV-Licht mit betrachtet, aber immerhin, man hat Mücken in so ein kleines Rohr eingelassen und dann hatten sie die Wahl, ob sie links oder nach rechts fliegen. Und jeweils da an den Enden waren dann so Leuchtstoffröhren, glaube ich, oder kleine Glühbirnen oder sowas angebracht, die etwas andere Lichtfarben dann quasi abgegeben haben. Für Menschen jetzt nicht wahrnehmbar, aber da war im Wellenspektrum irgendwie ein bisschen was anders. Und es zeigte sich dann tatsächlich ein Unterschied. Die Mücken bevorzugten das eine oder das andere Licht. Es war allerdings jetzt nicht so, dass man sagt, 100 Prozent der Mücken sind in die eine Richtung geflogen, sondern es war eher so 60, 40. Also keine Sache, bei der man sagen kann, wow, ganz klare Geschichte, dieses eine Licht lockt die Tiere mehr an als das andere. Man kann aber auch sagen, es ist jetzt auch nicht richtig zu sagen, dass Licht gar keine Rolle spielen würde. Also es gibt da offenbar gewisse Präferenzen. Und darum ist es auch nicht ganz unplausibel, dass das CDC, also das amerikanische Center for Disease Control, auch auf Lichtfallen setzt, um Mücken verschiedener Art zu fangen. Wenn zum Beispiel geschaut werden soll, wie die Populationen in einer Region sind. Allerdings arbeiten diese Fallen auch mit Ventilatoren, die die Mücken dann in die Falle ziehen. Welche Rolle das Licht genau bei speziellen Mückenarten spielt, ist darum schwer zu sagen. Und dann haben wir aber noch eine Studie aus Tansania gefunden, bei der neben Malaria-Mücken auch zumindest mal Kulex-Mücken mitgefangen wurden. Wenn wir es richtig verstanden haben, allerdings jetzt nicht die Kulex-Pipiens, die bei uns vorkommt, das ist nämlich die nördliche Hausmücke, sondern es handelte sich um die südliche Hausmücke. Ist jetzt nicht genau dieselbe Art, aber immerhin sehr, sehr eng miteinander verwandt. Und in dieser Studie sollte geschaut werden, ob eine UV-Lichtfalle mehr Insekten anlocken würde, als eine volle ohne UV-Licht. Und tatsächlich war... Aber trotzdem mit Licht. Trotzdem mit Licht, ohne genau die UV-Komponente noch mit dabei. Und tatsächlich war die UV-Lampe etwas besser. Das Ganze war aber nicht statistisch signifikant. Also lohnt eine sehr kleine Abweichung. Außerdem, und das ist jetzt eigentlich der entscheidende Punkt, zeigte sich, dass die Fallen deutlich besser funktionieren, wenn auch CO2 in den Fallen freigesetzt wurde. Ja, dieselbe Lampe mit Licht, mit UV-Licht, funktionierte deutlich besser, wenn sie auch noch CO2 ausgestoßen hat und wurde dann von den Mücken bevorzugt angeflogen. Also selbst, wenn Licht eine gewisse Wirkung haben sollte, dann wird es vom CO2 und vom Geruch geschlagen. Wenn ihr also in der Nähe einer solchen UV-Lampe sitzt, dann werden die Mücken euch im Zweifelsfall trotzdem liebend gerne anfliegen, weil sie sich eben dann gerade in dem nahen Bereich vom CO2 und vom Geruch mehr anziehen lassen. So im Gegensatz zu Mücken werden andere Insekten aber jetzt sehr wohl besonders von Licht angezogen, zum Beispiel Nachtfalter. Die verbrutzeln dann schön in dem Gerät, hätten euch aber nie gestochen. Der NABU und der TÜV-Verband sagen deswegen ganz klar, wenn man diese Dinger verwenden möchte, kann man ja machen, wenn man meint damit doch irgendwas zu erreichen, dann auf jeden Fall nur in geschlossenen Räumen. Ja, wer das allerdings draußen nutzt, diese Geräte, der währt damit nicht nur keine Mücken ab oder nur sehr, sehr schlecht, sondern schadet damit auch noch der Artenvielfalt. Und das in Zeiten, in denen das Insektensterben sowieso ein großes Problem ist. Also nicht nur unnütz, sondern im Zweifelsfall auch noch richtig schlecht für die Umwelt, für die Tierwelt und deswegen verdient unser letzter Platz. Platz 10 Ultraschall So, jetzt spitzt mal die Ohren. Hört ihr das? Einige von euch vielleicht ja, andere denken, hä, was sollen wir hören? Nix. Nix. Ja, ist auch egal, ob ihr es hört oder nicht. Wichtig für euch ist nur, euer Lautsprecher, über den ihr gerade diesen Podcast hört, der ist zum Mückenabwehrgerät geworden. Genau, und was wir gerade abgespielt haben, das war Ultraschall im Bereich von 15 Kilohertz. Also eigentlich noch kein Ultraschall. Ja, nicht ganz, so knapp unterhalb der Grenze. Genau, das können einige ganz gut hören, andere, je nach Alter, vielleicht schon nicht mehr. So gut Mücken können es dafür wohl sehr gut hören und es soll Mücken abschrecken, weil dieser Ton das Geräusch von Libellenflügel imitiert, den natürlichen Feinden der Mücke. Klingt im Ganzen jedenfalls schräg, aber tatsächlich hat ein brasilianisches Radio genau das mal gemacht. Und dann damit geworben, dass man quasi nur abends beim Chillen am Baggersee Radio hören müsse, um die Mücken fernzuhalten. Das war eine gemeinsame Kampagne des Senders mit einem Outdoor-Magazin und hat den Machern sogar den größten Preis der Werbebranche eingebracht, den Löwen von Cannes. Das ist so ein bisschen wie der Oscar für Werbefilme. Ja, und sowas gäbe es ja nicht für absoluten Schwachsinn. Also wo kämen wir denn dahin, wenn Werbung nicht der Wahrheit entsprechen würde? Das wäre wirklich unvorstellbar, ganz unvorstellbar. Ja, also es ist leider wie so viele andere Werbespots auch absolut unwissenschaftlicher Quatsch. Und das mal ganz abgesehen davon, dass die Geräusche, die von Nibellenflügeln gemacht werden, eine ganz andere Tonhöhe haben. Ja, also diese Übertragung übers Radio ist jetzt die eine Sache. Man kann sich aber auch verschiedene Geräte für kleines Geld kaufen, die dann so einen hohen Ton abgeben. Das Ergebnis ist aber leider immer dasselbe, egal ob es so ein kleines Gerät ist oder übers Radio. Es gibt diverse Untersuchungen, die sich diese Ultraschallgeräte angeschaut haben. Das Ergebnis war jedes Mal vernichtend. Die Cochrane Collaboration fasste den Forschungsstand 2007 mal so zusammen. Wir haben es euch ins Deutsche übersetzt. Zitat, die Feldstudien erbrachten keine Beweise für eine abwehrende Wirkung von den Geräten und somit auch keine Beweise für deren Förderung oder Verwendung. Künftige randomisierte kontrollierte Studien werden nicht vorgeschlagen, da es in den Feldstudien keine Hinweise darauf gab, dass die Geräte eine vielversprechende Präventionsmaßnahme gegen Malaria darstellen. Ja, also schlechter kann es eigentlich nicht sein. Wer sich selbst überzeugen möchte, kann übrigens diverse YouTube-Videos anschauen, wo Leute so ein Gerät in der Hand halten, irgendwie das Ultraschall aussenden soll. Und dann stecken die diese Hand in ein Gefäß, wo ganz viele Mücken drin sind. Und dann werden die halt sofort gestochen. Also bringt halt einfach gar nichts. Stiftung Warentest hat das auch mal gemacht, Ergebnis funktioniert überhaupt nicht. Ja, können wir also abhaken, bringt nichts, ist aber zumindest auch mal nicht schädlich. Deswegen unser Platz 10. Weiter geht's. Platz 9. Knoblauch und Vitamin B. So Licht aussenden ist also unnütz, Ultraschall auch. Vielleicht lassen wir das jetzt mit den Wellen irgendwelcher Art einfach mal sein. Widmen wir uns einem schöneren Thema der Ernährung. Richtig. Wir haben es ja schon mehrfach betont, Mücken orientieren sich mit dem Geruchssinn und es gibt angeblich ein paar Gerüche, die sie so gar nicht mögen und dazu gehört zum Beispiel auch Knoblauch. Und jetzt könnte man sich morgens und abends mit Knoblauch einschmieren, schön so eine Zehe aufschneiden und dann auf dem ganzen Körper verreiben. Das ist eine sexy Vorstellung. Ich wette, deine weiblichen Fans wären jetzt schon ganz wuschig. Ich mache es ja zum Glück nicht. Ich habe jetzt auch nicht geschickt, ob es da einen Fetisch gibt, Knoblauch. Aber ist eh egal, denn zum Einschmieren kommen wir erst später. Jetzt geht es ja ums Essen, also möglichst viel von dem Zeug in der Nahrung zu sich nehmen. Ja, kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch abends so richtig schön Knoblauch gegönnt habt und über Nacht in eurem Schlafzimmer geschlafen habt und das Fenster nicht offen hattet, weil ihr ja nicht wolltet, dass die Mücken reinkommen. Dann schwitzt man, wie soll man das sagen, olfaktorisch anspruchsvoll vielleicht und der Geruch im Zimmer am nächsten Tag ist ja schon speziell. Ja, aber dieser Geruch soll ja jetzt Mücken abhalten. Also wir sagen, man hätte das Fenster auch offen lassen können, weil sie wären nicht rein. Dann wären sie direkt wieder umgekehrt. Nein, da fliege ich nicht rein. Jetzt ist es so, wahrscheinlich tut das nicht, dieser Knoblauchgeruch. Es gibt wenig Studien, in denen war es aber egal, was gegessen wurde. Die Moskitos stachen gleich, dermaßen zu. Ja, das ist also leider Wuvosch. Gleiches gilt für Vitamin B. Da schreibt Shop-Apotheker, wenn ich die deutsche Variante sondern aus einer finnlichen Grund, die tschechische, wo du aber auch deutsche Texte findest. Bei der Einnahme des B-Komplexes wird Vitamin B über Schweiß und Urin ausgeschieden, was zum Schutz vor Mückenstichen, Zecken und anderen lästigen Insekten beiträgt, die durch ihren Geruch abgeschreckt werden. Ja, noch euphorischer beschreibt es aber eine junge Frau auf TikTok. Okay, ich werde dir ein secret Ich wünsche, jemand hätte mir später gesagt, wenn du reingest oder lebst irgendwo, wo es viele Moschinen gibt und du willst nicht beitrennen. Vitamin B1. Danke mir später. Du bist willkommen. Ja, also sie wirbt also für Vitamin B und ist dabei sehr überzeugt. Ja, und wirkt auch ein bisschen crazy, aber das kann vielleicht auch nur meine Wahrnehmung sein. Ja, und auch hier können wir es eigentlich ganz kurz machen. Es gibt sogar Placebo-kontrollierte Studien und das Ergebnis ist immer dasselbe. Die Aufnahme von Vitamin B spielt keine Rolle dabei, ob Menschen besonders häufig gestochen werden. Ja, also leider überhaupt kein Effekt trotzdem Platz 9. Warum? Ja, weil Knoblauch immerhin sehr gut schmeckt. Wenn man sich Kollegen am nächsten Morgen im Büro oder in der Werkstatt oder wo auch immer man arbeitet, dann so sagen, boah, du stinkst heute wieder nach Knoblauch. Das ist wirklich fürchterlich. Kannst du mal damit aufhören? Dann kannst du wenigstens sagen, ich nehme das, weil das hält die Mücken fern. Blöd, nur wenn die Kolleginnen und Kollegen alle auch die Science Cops hören, dann wissen sie jetzt, dass es Unsinn ist. Ja, das ist schlecht. Platz 8 Kerzen und Coils So, wenn man jetzt den Insektenschutz so ein bisschen mit Gemütlichkeit kombinieren möchte oder auch ein kleiner Pyromane ist, dann kann man sich unser Platz 8 Mückenkerzen kaufen oder solche sogenannten Mückencoils. Mückencoils sind so Spiralen, die man an einem Ende anzündet und dann brennen die langsam ab. Die können so an die zwölf Stunden brennen. Und bei dem Zeug, was dann da so langsam verbrennt und sich als Rauch in der Umgebung verteilt, handelt es sich um Insektizide, also um Insektengift. Meistens um Stoffe aus der Gruppe der Pyretrine. Das sind Stoffe, die man ursprünglich mal aus Pflanzen gewonnen hat, heute aber künstlich herstellt. Diese Gifte lähmen Insekten oder töten sie auch innerhalb kürzester Zeit ab. Schade für die Mücke, gut für den Mensch. Für mich in dem Fall. Diese Antimückenspiralen haben also durchaus eine Wirkung. Das Problem ist nur, die ist sehr begrenzt. Es ist nämlich jetzt leider nicht so, dass im Umkreis von zehn Metern oder 60 Metern gleich alle Mücken tot zu Boden fallen und man seine Ruhe hat. In einer größeren Studie im Malaria Journal haben Forscher 2018 solche Spiralen mal in geschlossenen Kammern getestet, von der Größe vier mal vier Metern. 50 Mücken wurden in diesen Kammern freigelassen und dann hat man geschaut, wie viele am nächsten Tag noch lebten. Und die Mortalitätsrate lag am Ende leider dann doch nur zwischen 24 und 64 Prozent. Heißt, da bleiben noch jede Menge Mücken übrig, die einstechen können. So, und das war ein Test im geschlossenen Raum. Ja. Was man in der Praxis auf keinen Fall machen sollte, weil dann sitzt man ja auch in den Insektiziden drin, was vielleicht nicht ganz so super ist. Steht auf den Kolz deswegen auch immer drauf. Bitte nicht in Innenräumen anmachen. So, und wenn ich das jetzt draußen auf der Terrasse oder den Balkon anzünde und dann ein bisschen in den Wind gehe, könnt ihr euch denken, dass die Wirksamkeit noch weiter nach unten geht. Also auch diese Keuls, diese Spiralen, die bringen leider am Ende wenig und sie töten eben auch, das muss man auch sagen, alles in der Umgebung ab. Richtig, auch andere Insekten. Und es ist halt vor allem auch wieder Chemie, was viele Leute ja sowieso nicht wollen. Darum schwören einige auf Anti-Mücken-Kerzen, die man auch sehr schön selber machen kann. Ich mache keinen Cocktail heute, auch wenn es vielleicht so aussieht, mache eine Anti-Mücken-Kerze, damit ihr mit euren Freunden zusammen keinen Mücken-Stress mehr habt. Ihr braucht ein Marmeladenglas, herrlich duftende Limetten, Zitronen, ein bisschen Rosmarin, Eukalyptusöl und eine Kerze. Das sind alles Aromen, die Mücken überhaupt nicht abkönnen. Aber für uns riecht es richtig angenehm und schön. Ja, klingt lecker. Das ist ja auch nicht so. Also besonders beliebt sind Kerzen mit Zitronella, also Öl aus Zitronengras. Riecht dann, wie gesagt, ganz schön. Ein richtig guter Mückenschutz sind die, aber aus wissenschaftlicher Perspektive leider auch nicht. Die wenigen Studien, die es gibt, immerhin wurden die im Freien durchgeführt, was nicht so schlecht ist, zeigen, dass im Umkreis von einem Meter die Zahl der Moskitos um 30 bis 60 Prozent zurückgeht. Das ist was. Das ist aber eben auch nicht so, dass alle Moskitos da fernbleiben. Und in drei Metern sind es dann nur noch so 10 bis 50 Prozent. Ja, etwas besser schnitten Kerzen mit Geraniol ab. Die kriegt man auch häufig im Drogeriemarkt oder in Supermärkten. Sowohl bei Tests in Innenräumen als auch im Außenbereich. Also ja, man kann das machen. Die reduzieren vielleicht ein bisschen die Zahl der Mücken, die euch stechen können. Habt ihr vielleicht hinterher ein paar Stiche weniger, zumindest wenn es windstill ist. Aber ein wirksamer Schutz, dass sie es wirklich verhindern, dass ihr gestochen werdet, sind sie nicht. Platz 7 Ätherische Öle Aber was ist, wenn man die ätherischen Öle jetzt nicht irgendwie in eine Kerze reinpackt und die Kerze anzündet, sondern direkt auf die Haut aufträgt? Schauen wir uns jetzt an, die angebliche ultimative Geheimwaffe und zwar ätherische Öle unser Platz 7. Stell dir vor, du sitzt einfach draußen im Freien, ganz gemütlich mit deinen Freunden und das Ganze ohne Mücken. Mit ätherischen Ölen ist das absolut möglich. Ja, ob das wirklich absolut möglich ist, entscheiden immer noch die Science Corps nach Studienlage. Ätherische Öle, vielleicht erinnert ihr euch an unsere Folge zur Aromatherapie, daher kennt ihr vielleicht auch diesen freundlichen Herrn aus Österreich, der tierlieb ist, aber nicht zu tierlieb. Hunde, ja, Insekten, nein. Das sind Öle, die man durch Destillation aus Pflanzen gewinnt. Da sind dann verschiedene Pflanzenstoffe drin enthalten, unter anderem Aromen. Also ein schönes Naturprodukt. Ja. Keine Chemie. Und die soll man sich dann auf die Haut auftragen beziehungsweise aufsprühen. Das soll dann die eigenen Körperdüfte überdecken und auch die Geruchsrezeptoren der Mücken dann verwirren. Da nehmen sie einfach ein Sprühfläschchen und geben Öle dazu. Lemongras und Lavendelöl. Diese Öle mögen die Mücken überhaupt nicht und die bleiben ihnen fern. Probieren sie es einfach aus. Lemongras. Lemongras. Häufig empfohlen werden außerdem auch wieder Zitronellaöl, Zimtöl, Pfefferminzöl, Nelkenöl, Lavendelöl und Sojaöl. Und ihr braucht das aber alles gar nicht selber ausprobieren. Denn die gute Nachricht ist, das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon für euch getan. Es gibt ein paar Studien, die diese verschiedenen Öle getestet haben und wie stark und vor allem wie lange sie Mücken fernhalten. Das Problem ist, diese ganzen Ergebnisse sind zum Teil ein bisschen widersprüchlich und diese Versuche werden immer nur mit einer bestimmten Mückenart gemacht. Meistens sieht man eben die, die auch bei der Übertragung von Krankheiten relevant sind. Was dann natürlich am interessantesten ist, ob man das dann auf die anderen Mückenarten, wie zum Beispiel die Hausmücke übertragen kann, ist immer noch nicht ganz klar. Insgesamt kann man aber erstmal sagen, dass bestimmte ätherische Öle tatsächlich eine Wirkung haben. Also ganz konkret die Zahl der Mücken, die auf der Haut landen und zustechen, können diese ätherische Öle reduzieren. In einer Studie der New Mexico State University waren das zum Beispiel Zimtöl, Pfefferminzöl und Knoblauchöl. In der anderen war es zum Beispiel Nelkenöl. Es gibt aber ein wirklich leider sehr großes Problem. Wie lange der Schutz anhielt, war je nach Studie sehr unterschiedlich. Es hängt total vom Versuchsaufbau ab und vor allem offenbar auch von der Zubereitung des Öls, wie hoch das konzentriert ist, wie genau es aufgetragen wird und so weiter und so fort. Und länger als eine halbe Stunde oder bestenfalls mal eine ganze Stunde haben diese ätherische Öle in den Studien, die wir uns angeschaut haben, nicht durchgehalten. Und das ist dann halt ganz schön wenig. Du musst also permanent das Zeug irgendwie neu auftragen, weil diese Substanzen leider sehr flüchtig sind, sofort verdunsten und dann weg sind. So ist das bei ätherischen Ölen nämlich. Und du weißt dann halt auch nie genau, wie lange und gut es dich dann jetzt wirklich schützt, weshalb auch Insektenforscher, die sich wirklich ausgiebig mit dem Stechverhalten von Stechmücken und den Möglichkeiten, die abzuhalten, beschäftigt haben, wirklich dringend davon abraten, ätherische Öle zu nutzen. Die sind bestimmt von der Chemieindustrie gekauft. Ganz genau so ist es, ja. Also, man kann das natürlich machen, man kann es ausprobieren, wenn man möchte, aber vielleicht besser nicht dann, wenn es wirklich darauf ankommt, Mücken fernzuhalten. Also, wenn man jetzt in Regionen reist, wo man wirklich verhindern will, gestochen zu werden, weil es ein reales Infektionsrisiko gibt, dann wirklich Finger weg von dieser Ultimative Geheimwaffe Platz 6, Kokosöl. Platz 6, unsere Lieblingswebsite in Sachen Gesundheitsfragen, das Zentrum der Gesundheit, hält ätherische Öle trotzdem für ein tolles Anti-Mückenmittel. Ist ja, ich meine, Wissenschaft, das ist das schon, hätte uns deswegen auch überrascht, wenn nicht. Das Zentrum der Gesundheit empfiehlt aber noch etwas anderes, und zwar Kokosöl. Vor ein paar Jahren hieß es ja noch, Kokosöl sei das reine Gift. Wir erinnern uns. Dann war es ein Allheilmittel, jetzt soll es Mücken vertreiben. Wir haben tatsächlich natives Kokosöl als Mückenschutzmittel eingesetzt, und was man nicht ganz so gut sieht, dass hier 200 Mücken um meinen Arm praktisch herumfliegen, wo tatsächlich keine einzige gestochen hat. Und falls mal eine Mücke auf diesem Kokosöl gelandet ist, ist sie auch sofort wieder weg, beziehungsweise die trauen sich auch gar nicht zu stechen. Was haltet ihr davon, wenn ich mich demnächst auch mit der Gitarre hier sitze und die ganze Zeit einfach, ich glaube, was sind da denn, das sind wenige Akkorde, aber dumm, 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 finde ich gut. Möglicherweise hält genau das auch die Mückenfenster, das höre ich mir nicht an. Gut, das war jetzt der Bericht einer einzelnen Person, allerdings scheint das alles gar nicht so abwegig zu sein. Es gibt nämlich einige, leider nur wenige, aber immerhin ein paar Untersuchungen dazu. Und eine Studie aus der Fachzeitschrift Scientific Reports von 2018, da wurden bestimmte Fettsäuren aus dem Kokosöl, unter anderem Laurinsäure, als Abwehr gegen die Gelbfiebermücke getestet und da waren diese Fettsäuren ziemlich effektiv. Auf den Armen der Probanden landeten kaum Mücken. Wie viele Probanden waren das? Ja, das ist so ein bisschen der Haken bei der Studie. Es waren leider nur drei. Klar, daraus kann man auch schon ein bisschen was ableiten. Also wenn da gar nichts mehr sticht, dann hast du tatsächlich einen ganz guten Hinweis. Aber die Forscher sagen selber, mal ein bisschen wenig, man bräuchte dringend mal größere Studien dazu. Auch außerhalb des Labors gibt es nur leider bisher wenig. Und ein weiteres Problem, diese Zusammensetzung der Fettsäuren aus dem Kokosöl, die ist so gar nicht erhältlich aktuell. Und das ist auch jetzt nicht mit einfachem Kokosöl identisch. Diese Studien belegen also nicht, dass Kokosöl gegen Mücken hilft, sondern es gibt nur Hinweise auf die mögliche Wirksamkeit bestimmter Bestandteile in einer bestimmten Kombination. Man kann aber sicher sagen, es lohnt sich da weiter dran zu forschen. Ja, wenn ihr das selber ausprobieren wollt mit Kokosöl, macht es halt, solange ihr nicht in die Tropen fahrt. Also hier probiert es halt aus. Kein Risikogebiet. Und damit haben wir unsere Flops jetzt abgearbeitet und bewegen uns langsam in den Bereich, in dem die Mittel tatsächlich tun, was sie sollen. Platz 5 EBAB Den Anfang macht auf Platz 5 IR3535 oder EBAB Was kurz ist für, das muss ich jetzt ablesen, das kann ich nie auswendig, Ethylbutylacetylaminopropionat. Klarer, einfacher Name. Ein sehr geläufiger Name. Benutz man eigentlich regelmäßig. Die gute Nachricht ist, das Zeug wirkt. Es hält Mücken fern. Das Problem ist nur, es hält die Mücken nicht so lange fern wie die Stoffe, die es weiter nach oben in unserem Ranking geschafft haben. Ja, in einer Studie im New England Journal of Medicine zeigte sich eine Wirkdauer von etwa 25 Minuten, weil es jetzt nicht so richtig gut ist, aber immerhin besser als die ätherischen Öle. Die haben es in dieser Studie nämlich nicht mal auf 20 Minuten gebracht. Und in 25 Minuten ist wirklich auch kaum was passiert da. Ja, ja. Da wurden sie nicht gestochen. Trotzdem irgendwie zwölf Stiche. Allerdings in dieser Untersuchung wurde ein konkretes Produkt getestet, das nur einen Anteil von 7,5 Prozent E-Bab enthielt. Wenn die Konzentration erhöht wird, gibt es zum Beispiel auch Produkte mit 20 Prozent, dann hält es auch länger. Es kommt aber selbst dann nicht an die Wirkdauer der anderen Stoffe ran. Also ein paar Stunden, aber eben kein ganzer Tag. Dafür hat es aber einen ganz entscheidenden anderen Vorteil. Der Stoff ist seit über 20 Jahren auf dem Markt und es sind bis heute keinerlei Nebenwirkungen bekannt. die irgendwie entscheidend wären. Das macht es dann besonders in niedrig konzentrierteren Dosen eigentlich das Mittel der Wahl in Deutschland für kleinere Kinder. So, und wenn man jetzt wirklich nur einen Schutz für ein paar Stunden braucht, dann why not? Dann kann man das ja nutzen. Insgesamt hat dieser Wirkstoff auf dem deutschen Markt aber nur eine sehr untergeordnete Bedeutung. Man muss sich schon etwas anstrengen, um ihn zu finden. Ja, und schon deutlich häufiger gibt es unseren Platz 4. Platz 4. Und jetzt kommt tatsächlich nochmal ein Öl, nämlich das Öl aus den Blättern des australischen Zitronen-Eukalyptus-Baums. Genauer gesagt ein ganz bestimmter Stoff, der darin enthalten ist. Paramentan 3,8-Diol, kurz PMD. Ein pflanzlicher Stoff also. Ja, aber bevor jetzt schon die Ersten wieder aufspringen und jubeln, ha, doch endlich ein Pflanzenstoff, der wirkt. Jein, also dieser Stoff wird heute vorwiegend synthetisch hergestellt, weil er in diesem Öl des Eukalyptus-Baums nur in sehr geringen Mengen vorkommt und dann halt auch in Kombination mit anderen Stoffen. Man will ihn jetzt ja aber pur haben. Was man also nicht machen darf, ist PMD mit PMD-haltigen ätherischen Ölen aus dem Zitronen-Eukalyptus gleichzusetzen. Ja, immerhin kommt er ursprünglich aber aus einer Pflanze. Das ist ja auch schon mal was. Und wir machen es kurz, sowohl mehrere Labor- als auch mehrere Feldversuche haben gezeigt, dass PMD recht gut vor Stichen schützt. Und zwar sowohl vor Stichen der Anopheles-Mücke als auch der Gelbfieber-Mücke als auch der Haus-Mücke. Top! Und dass über mehrere Stunden 30-prozentiges PMD schützt in einer der Feldstudien zum Beispiel für etwa vier Stunden. Das ist schon relativ ordentlich. Das reicht für einen Grillabend. Reicht für einen Grillabend oder für eine Wanderung irgendwie durch den tropischen Regenwald kommt man schon ein bisschen mit hin. Kommt natürlich immer auf das konkrete Produkt an. Es gibt mehrere PMD-haltige Mückenmittel zu kaufen. Die Stiftung Warentest hat mehrere davon geprüft. Einige waren gut, andere dann doch wieder mangelhaft. Aber alles in allem, ja, PMD ist ein wirksames Anti-Mückenmittel. Und das heißt, wir müssen euch jetzt enttäuschen oder zumindest alle diejenigen von euch, die gehofft hatten, wir würden vielleicht noch irgendein natürliches Mittel finden, das auf jeden Fall gut wirkt. Was es in die Top-Dreischaft zumindest ist. Was es in die Top-Dreischaft, ja, die höheren Plätze teilen sich alle Mittel, die unser Freund von den UV-Lampen wohl als Chemie bezeichnen würde, obwohl ja alles um uns herum Chemie ist. Aber ihr wisst schon, was wir meinen. Dieses böse Pharmazeug eben, das leider, leider in Tests dann doch am besten gegen Mücken schützt und in tropischen Ländern einen entscheidenden Anteil daran hat, sich vor gefährlichen Krankheiten zu schützen. Platz 3, DEET. So, die Top-Drei und auf Platz 3, DEET, kurz für die Ethyl-Toluamid. Was ich übrigens überhaupt nicht verstehe, weil in die Ethyl-Toluamid steckt genau ein E. Warum wird es DEET abgekürzt? Das ist eine gute Frage. Wenn das jemand von euch weiß, schreibt uns das gerne. Gibt es eine Science-Cops-Taste für? DEET ist jedenfalls der Klassiker, der Goldstandard der Insektenschutzmittel. Ursprünglich wurde es für das US-Militär entwickelt. Ich glaube, seit 1944 eingesetzt, seit 1957 dann für den zivilen Einsatz zugelassen und seit 1965 wird es auch kommerziell genutzt und beworben. Ja, bis heute ist es Hauptbestandteil einiger Insektenschutzmittel. Antibumforte enthält zum Beispiel 30% DEET. Wie es genau wirkt, das weiß man interessanterweise gar nicht so genau. Man geht wie bei den anderen Substanzen auch davon aus, dass die Mücken den Geruch nicht ertragen können beziehungsweise dass er Rezeptoren blockiert. Was man aber weiß, ist, dass es tatsächlich sehr gut funktioniert. Das hat man wirklich in diversen Studien schon untersucht und es war eigentlich eindeutig. Es hält Mücken über Stunden fern, so eine 30% DEET-Mischung ganz grob, sagen wir mal so um die sieben Stunden. Man sieht halt auch, warum dieser Stoff in den Top 3 ist, weil es dann echt eine sehr, sehr lange Zeit schon ist, die man geschützt ist. Bei der Nutzung muss man aber so ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich ist DEET gut verträglich bei Menschen. Die eben schon mal erwähnte Studie aus dem New England Journal of Medicine fasst es so zusammen, Zitat, DEET hat ein bemerkenswertes Sicherheitsprofil nach 40 Jahren Verwendung und fast 8 Milliarden Anwendungen bei Menschen in der medizinischen Fachliteratur sind seit 1960 weniger als 50 Fälle von schwerwiegenden toxischen Wirkungen dokumentiert worden und drei Viertel davon verliefen ohne Folgeerscheinungen. Was erst mal ganz gut ist, nur weil es wenige Fälle von schweren Nebenwirkungen gibt, heißt es natürlich nicht, dass es gar keine Nebenwirkungen gibt, denn DEET hat einen Nachteil. Es kann von der Haut aufgenommen werden und so dann auch in die Blutbahn gelangen. Das klingt erst mal sehr schlimm. Es ist aber so, dass das Zeug eigentlich innerhalb von zwölf Stunden wieder über die Niere dann abgegeben wird. Dennoch kann es bei Menschen, die eine Veranlagung dafür haben, zu Krämpfen führen oder zu so einer Benommenheit, das passiert selten, ist grundsätzlich aber möglich, vor allen Dingen dann, wenn man es eben übertreibt mit dem Zeug. Es gibt klare Ansagen, dass man das eigentlich nicht so häufig und nicht so großflächig verwenden soll. Wenn man das aber jetzt jeden Tag wirklich über den ganzen Körper aufträgt, vielleicht noch zwei, dreimal am Tag, dann erhöht sich das Risiko. Also sicher ja, aber bei der Anwendung muss man ein bisschen Acht geben. Was man zum Beispiel nicht machen sollte, DEET zusammen mit Produkten verwenden, die dafür sorgen, dass die Aufnahmefähigkeit der Haut erhöht wird. Ja, Urea-Cremes zum Beispiel können die Resorptionsrate erhöhen oder auch Ethanol. Ja, oder Sonnencreme. Sonnencreme erhöht auch die Resorptionsrate der Haut. Also das nicht zusammennehmen. Es hat sogar auch noch den Nachteil, DEET verschlechtert den Sonnenschutz. Das ist also so eine klassische Loose-Lose-Situation. Ich glaube, da muss man erst die Sonnencreme auftragen und dann eine halbe Stunde später das Mückenschutzmittel mit DEET. Genau, also früh aufstehen, wenn man in Tropen unterwegs ist und beides haben möchte, Sonnenschutz und Insektenschutz. DEET ist außerdem reizend für die Schleimhäute und die Augen und kann in seltenen Fällen auch Hautausschläge verursachen oder allergische Reaktionen. Oder es kann auch synthetische Stoffe oder auch Leder angreifen. Da muss man also aufpassen, wenn man sich einschmiert, dass da nichts draufkommt oder Baumwolle nehmen. Aber da passiert es nicht. Aber immerhin, DEET ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht besonders ökotoxisch, schadet also der Umwelt nicht. Immerhin etwas. Aufgrund all der Nebenwirkungen ist DEET in Deutschland aber nicht für Schwangere, Stillende und Kinder unter drei Jahren empfohlen. Das ist jetzt, glaube ich, in Deutschland so. In anderen Ländern, die sehen das ein bisschen entspannter. Ich glaube, zum Beispiel in Großbritannien. Das klingt aber alles irgendwie nicht so, als würde man das Zeug wollen. Ja, wobei man wirklich sagen muss, die heftigeren Nebenwirkungen sind wirklich sehr selten. Und wenn du in Gebieten wohnst, in denen es echt gefährliche Mücken gibt, dann ist das Risiko von DEET im Zweifelsfall niedriger, als das Risiko, gestochen zu werden und sich dann wirklich was einzufangen. Für unsere Breitengrade gibt es aber eigentlich einen Stoff, der sich noch ein bisschen besser eignet. Und das ist unser Platz zwei. Platz zwei. Wobei, und das müssen wir jetzt wirklich direkt klarstellen, das ist jetzt eine enge Geschichte. Rein von der Wirksamkeit der Insektenabwehr tut sich DEET jetzt nicht viel mit Icaridin. Beide halten Mücken fern und auch für einen ähnlichen Zeitraum. Aber fangen wir vielleicht doch nochmal am Anfang an. Icaridin ist ein Stoff, der vom Bayer-Konzern in den 1980er Jahren entwickelt wurde und Teile des Bayer-Konzerns wurden 2008 ausgegliedert. Seitdem heißt das Originalprodukt Saltidin. Andere Namen sind auch noch Picaridin und all diese Namen meinen denselben Wirkstoff. Icaridin ist in Deutschland der wohl meistgenutzte Anti-Mücken-Wirkstoff und findet sich in vielen Produkten, unter anderem auch in denen der Marke Autan. Ja, die ist ja sehr bekannt. Und das ist ganz spannend. Lange Zeit war der Hauptbestandteil von Autan auch, D-E-E-T. Autan gehört aber anfangs zum Bayer-Konzern bis 2002 und der hat das dann irgendwie 1998 gesagt, Moment, ich habe da doch selber was entwickelt, was vielleicht besser ist und dann durch Icaridin ersetzt. Hergestellt wird das übrigens immer noch in Leverkusen und Dormagen, also bei uns hier eigentlich gar nicht so weit entfernt. Ein lokales Produkt, wenn man so möchte. Wenn es um die Wirkung geht, dann tun sich Icaridin und D-E-T kaum was. Es gibt diverse Studien, die die beiden Stoffe verglichen haben. Manchmal schneidet der eine Stoff ein bisschen besser ab, manchmal der andere. Es gibt leichte Unterschiede je nach Mückenart. Insgesamt sind sie aber eher zu vernachlässigen, weil stärkere Unterschiede ja einfach dadurch entstehen, wie man es aufträgt, wie viel man nimmt und so weiter. Also es ist wichtiger, das Zeug gründlich aufzutragen, als welches der beiden Mittel man jetzt nimmt. Im Kern ist die Mückenabwehr also vergleichbar, wenn man ein Produkt mit 30% D-E-T und mit einem Produkt mit 20% Icaridin vergleicht. Warum landet das bei uns dennoch auf dem zweiten Platz? Vor D-E-T? Weil Icaridin etwas weniger potenzielle Nebenwirkungen hat. Es wird grundsätzlich anders als D-E-T kaum über die Haut aufgenommen, was schon mal einige Nebenwirkungen unwahrscheinlicher macht. Auch für die Schleimhäute und die Augen ist es nicht so reizend. Also ist auch nicht komplett harmlos. Man muss auch da aufpassen, dass man es vielleicht nicht auf die Schleimhäute oder in die Augen bekommt. Aber eben verhältnismäßig etwas verträglicher und greift auch keine Kunststoffgegenstände an. Also wenn das irgendwie auf dein Polyester-Shirt kommt, ist es nicht so tragisch. Ja, insgesamt also das etwas leichter zu nutzende Produkt, das den einen oder anderen Fehler bei der Anwendung eher verzeiht als D-E-T. Ja, geschlagen werden D-E-T und Icaridin nur von einem einzigen anderen Mittel unserem Platz 1. Platz 1 D-E-T Kann man sich jetzt fragen, was soll das denn? D-E-T, das hatten wir doch schon auf dem dritten Platz. Wieso denn jetzt nochmal auf dem ersten Platz? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Man muss ein bisschen differenzieren, wie so oft in der Wissenschaft. Man muss auch bei D-E-T ein bisschen was unterscheiden. Die üblichen Produkte haben bis zu 30% D-E-T. Es gibt aber spezielle Mittel, die besonders stark sein sollen. Zum Beispiel Antibrom-Ultra-Tropical oder No-Bite und selbst Autan hat in seiner besonders starken Version Autan Defense Extreme Protection kein Icaridin mehr, sondern D-E-T in hoher Konzentration, nämlich 50%. Diese Variante schützt dann besonders lange vor Mücken, je nach Untersuchung, etwa 10 bis 12 Stunden. Ja, das ist eine ganz schön lange Zeit. Rein, was den Mückenschutz angeht, ist das kaum zu schlagen. Auch wenn man jetzt noch weiter die Konzentration von D-E-T erhöhen würde, ergibt sich daraus zeitlich kein weiterer Vorteil mehr. Icaridin-Produkte in ähnlich hoher Konzentration sind uns jetzt zumindest nicht über den Weg gelaufen. Aber es geht eben wirklich rein um den Mückenschutz. Das wollen wir noch mal betonen. Die höhere Konzentration bedeutet natürlich auch, dass du ein höheres Risiko hast für die oben beschriebenen, die eben beschriebenen Nebenwirkungen. Die Konzentration ist höher. Wenn du damit dann vielleicht dich häufiger einschmierst, steigt das Risiko deutlich schneller. Also in tropischen Gebieten kann es das wert sein, weil dann das Nachsprühen nicht vergessen werden kann und man auch einfach länger geschützt ist. Wenn dadurch dann Mückenstich verhindert wurde, der dir sonst eine fiese Krankheit eingebracht hätte, dann kann man wirklich sagen, go for it. Man muss nur wirklich sagen, man sollte sich nach dem Nutzen dieses Zeugs die Hände waschen. Wenn man das irgendwie an die Zunge oder so kriegt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es schmeckt ekelhaft. Ja, solltet man doch nicht essen. Es ist jetzt nicht hochgiftig, aber gut ist es auch nicht. Hier in Deutschland ist die Nutzung dieses 50% DET wirklich unnötig. Also da muss man das Risiko für die Nebenwirkungen wirklich nicht eingehen. Dann tut ihr euch keinen Gefallen. Kauft das wirklich nur, wenn es in die Tropen in Urlaub geht. Und jetzt die Festnahme. So, jetzt wissen wir Bescheid. Es gibt da draußen wie so häufig jede Menge absolute unnütze Produkte, die man sich getrost sparen kann. Diese ganzen Ultraschall und UV-Lichtgeschichten könnt ihr mehr oder weniger vergessen. Ultraschall bringt gar nichts. UV-Licht vielleicht ein bisschen, aber wenn die Mücken euch riechen, dann lassen sie sich auch vom Licht nicht ablenken. Die Hersteller, die euch so einen Schwachsinn verkaufen, landen natürlich im Science-Cops-Gnaß. Ähnlich wie die Leute, die behaupten, ätherische Öle seien der absolute Überknaller zur Mückenabwehr. Das kann man natürlich machen. Dann hat man ein paar Minuten Ruhe und dann kommen die Mücken dann doch wieder Klasse. Also so Sperenzien kannst du dir bei uns natürlich erlauben, weil hier von den Mücken keine wirkliche Gefahr ausgeht. In den Tropen, bitte nicht. Was wir gerade noch gar nicht gesagt haben, auch für die Aromaöle, für die ätherischen Öle geht, die können auch Nebenwirkungen haben. Also allergische Reaktionen sind auch da möglich. Ja, die werden im Zweifel auch über die Haut aufgenommen. Und wenn man das zu hochdisiert, muss man gerade bei Kindern eher nicht machen. Also das sei nochmal dazu gesagt. Leider ist es so, dass uns am Ende dann doch nur die Errungenschaften der chemischen Industrie wirklich zuverlässig helfen gegen Mücken. Ihr müsst euch aber in Deutschland jetzt wirklich nicht bei jedem Grillabend direkt 50-prozentiges DEET draufknallen. Wie gesagt, am Ende landet das sowieso in eurem Mund und dann schmeckt der Grillgut auch nicht mehr. So gut, das würden wir jetzt eher sein lassen. Die Mittel, die wir euch zuletzt vorgestellt haben, also DEET, Icaridin, PMD und EBAP wären Mücken alle zuverlässig ab, unterscheiden sich jetzt nur in der Dauer. Wer mal zwei, drei Stündchen am Baggersee sitzt, für den tun es quasi alle diese Wirkstoffe, also vorausgesetzt, die Zusammensetzung des Produkts ist auch gut. Aber das testen wir nicht, dafür sind andere Leute zuständig. Wir können ja mal bei der Stiftung Warntest vorbeischauen. Wer etwas länger geschützt sein möchte, der nutzt am besten Produkte mit Icaridin. Und wer in die Tropen wird, der holt sich dann eben das 50-prozentige DEET. Ja, es gibt jetzt übrigens noch so Produkte, die enthalten zum Beispiel DEET oder auch mal Aromaöle oder so andere Sachen, und zwar als Armband. Ja, dann hast du so ein bisschen was von dem Zeug in so einem Armband drin und ja, trägst du dann am Arm und dann soll es dich davor schützen. Das Zeug bringt wirklich überhaupt nichts. Nee, weil dann hast du, also wenn du das an dem rechten Arm hast, dann stechen sie dich am linken. Wenn du es an beiden Armen hast, dann stechen sie den Hals. Du könntest dir so Michelin-Mädchen-artig natürlich ganz, ganz viele von diesen Bändern kaufen und deinen ganzen Körper damit bedecken. Schmuck machen damit. Ja, oder so. Das würde schon funktionieren. Wir würden das allerdings nicht empfehlen. Das hilft wirklich überhaupt nicht, wenn du das nicht in dieser extremen Anzahl nutzt. Armbänder können wir vergessen, dann nutzt lieber die Produkte direkt. Das werden wir jetzt machen. Du hoffentlich vor allem, damit du endlich Ruhe hast. genau, was ich mache. Ich laufe gleich noch in die Apotheke und duscht in Zukunft morgens mit DEET 50%. Wir werden ab jetzt nie wieder gestochen. Das ist super. Danke an Marius Penzel für die Recherchen zu dieser Folge. Danke an Markus Klauck für unseren kleinen Countdown und natürlich wie immer vielen herzlichen Dank an unser gesamtes Produktionsteam. Und ganz am Ende haben wir noch eine Bitte an euch. Wir haben eine kleine Umfrage zu unserem Podcast. Der geht ganz schnell. Es sind nur fünf Fragen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr da mitmacht, wenn ihr diese Fragen beantwortet, wenn ihr euch ganz kurz Zeit dafür nehmt. Es geht darum, wie wir die Science Cops noch besser machen können. Den Link findet ihr bei YouTube in der Videobeschreibung und bei allen anderen Podcast-Plattformen in den Shownotes. Also den Infos zu dieser Folge an alle, die mitmachen. Jetzt schon vielen, vielen lieben Dank. So, das war jetzt heute mal eher so eine kleine Service-Folge. Es war eine leichte Sommerfolge. Aber ich bin sehr befriedigt nach dieser Folge. Gestochenheitsjournalismus, wie gesagt, in der nächsten Folge. Aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das versprechen wir. Da knallt es mal so richtig. Wir mitteln gegen eine Influencerin. Da sehen selbst ein Christian Wolf und ein Jasper Carven alt gegen aus. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Die Quarks Science Cops Gemacht vom WDR